Mein Name ist Alicia Schulz, ich bin die Teamleitung hier aus der Kurzzeitpflegeeinrichtung Schwanennest Harlau und unser Schwerpunkt hier bei uns im Schwanennest ist hauptsächlich die Kinderbetreuung beziehungsweise sehen wir uns auch so ein Stück weit als Kinderhotel, gerade für die Wochenenden und die Ferienbetreuung. Also mein Name ist Miriam Richter, ich arbeite hier im Schwanennest seit ungefähr zwei Jahren als pädagogische Fachkraft habe vorher studiert tatsächlich Erziehungswissenschaften und habe mich hierfür entschieden, weil ich hier mein Praktikum war für mein Studium mir das Team einfach super gut gefallen hat, meine Arbeitskolleginnen sind wirklich super nett, wir sind ein sehr junges Team und die Vielfältigkeit der Arbeit ist hier einfach super interessant, wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Kindern Warum ich persönlich gerne hier arbeite und das auch schon wirklich über einen langen Zeitraum ist für mich auch, dass es immer wieder neue Aufgaben gibt, es gibt immer wieder Neues zu entdecken, Neues kennenzulernen, neue Ideen Es wird nie langweilig, egal ob es die Aktivitäten sind mit den Kindern zusammen oder ob es unter den Kollegen zusammen ist Wir haben, ja ich persönlich fühle mich einfach pudelwohl hier im Team und bin froh, ja hier im Schwanennest arbeiten zu dürfen Ich arbeite mit WMK, weil es mir einfach gut gefällt, es ist ein großes Unternehmen, wir bieten viel an und man kann sich super weiterentwickeln viele Fortbildungen, viele Möglichkeiten auch nochmal in andere Häuser reinzuschauen Ich habe auch schon in ein paar Häuser reingeschaut mit verschiedenen Praktika, es hat mir super gut gefallen und die Möglichkeiten sind hier einfach unbegrenzt Ich brauche jetzt Ich werde jetzt ein paar Tage gedachte an die Panche zusammen Genau, wie wenn es ihr gemacht wird, ist es partners' für mich immer noch in die فüste ich sch Age zurück Sarah, ich bin heute skeptical ausgeführt irobineiigte Untertitelung des ZDF, 2020